Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben mal wieder was ganz interessantes für euch herausgefunden beziehungsweise wir stauben mal wieder ab, denn der Max Beckmann hat einen neuen Artikel veröffentlicht von GOGAMES Wenn ihr GOGAMES nicht kennt, verfolgt das mal auf Facebook, auf Instagram, auf Telegram, überall vertreten auf jeden Fall Die machen immer richtig geniale Artikel, also checkt das unbedingt mal ab Denn die haben wieder einen Artikel gemacht, die wichtigsten Pokémon der 5. Generation, Teil 1 und 2 Und den ersten Teil habe ich mir nicht angeguckt, habe gedacht, nee, ich will mich überraschen lassen, wirklich, wenn die Pokémon da sind Heute kam der zweite Teil, wurde veröffentlicht und ich habe gedacht, guckst doch mal drauf, was da dabei sein könnte Denn heute ging es um die Legendären und das hat mich dann natürlich so interessiert, als ich gesehen habe, was da für Teile dabei sind Und auch wie viel WP die erreichen können, dass ich dachte, wir gucken uns die trotzdem mal gemeinsam an Wer noch keinen Blick auf die neuen Generationen 5 Pokémon geworfen hat und sich nicht auskennt, so wie ich Ich sage es immer wieder, ich kenne nur Generation 1, alles andere ist für mich eh neu und neu gewesen Deshalb bin ich so gespannt auf die 5. Generation Und wir schauen mal hier rein, im Teil 1 sind nämlich die normalen Pokémon Im Teil 2 dann die legendären und ich werde alles jetzt in dieser einen Folge mir mal anschauen Zuerst haben wir nämlich Rotomurf Rotomurf ist ein maulwurfähnliches Pokémon vom Typ Boden, welches sich zu Stahlobor entwickelt Stahlobor ist ein Pokémon von Typ Boden und Stahl mit einem sehr hohen Angriffswert Sieht auf jeden Fall schon lustig aus mit seinen großen Schaufeln und der spitzen Nase Guckt auch freundlich Und ihr habt ja dann also auch Stahlobor Das sieht auch richtig brutal aus, ist im Prinzip wie ein Stolos Obwohl die Pokémon der 5. ja alle neu entworfen sind und nicht von vorherigen abgekupfert Erinnert mich das trotzdem irgendwo an Stolos natürlich Nicht Stolos Stolunior Stolrag Stolos Genau, Stolos, ja Sieht aber trotzdem auch richtig genial aus Mit den scharfen Krallen und allem drum und dran Kommt auf 3.244 WP Also ein dicker Brocken Jetzt gucken wir mal weiter auf das nächste Alles genau durchlesen tun wir uns nicht Immer nur die kurze Beschreibung und das Bild von der Entwicklung Praktibalk Und das sieht auch genial aus Obwohl ich immer dachte, dass das drei Stufen hat Nämlich das, die Endentwicklung und die mittlere Leider sehe ich immer nur das und die Endentwicklung auf einmal Aber ist ja auch egal Oder auch nicht, weil eins ist plötzlich weg Auf Vorschaubildern habe ich aber immer drei gesehen von dem Ding Und jetzt sehe ich immer nur noch zwei Praktibalk Praktibalk hat das Potential, der beste Angreifer vom Typ Kampf zu werden Vom Typ Kampf zu werden und damit Machomai vom Thron zu stoßen Seine Entwicklung, Meistergrief, hat einen höheren Angriffswert und mehr KP als Machomai Teilt also mehr Schaden aus und bleibt länger im Kampf Und hier sieht es ja schon cool aus Mit dem Holzbarren, den es da rumträgt Und hier Meistergrief Ihr seht das in der letzten Stufe Mit den riesen zwei großen Betonklötzen Das ist richtig genial Auch die dicke Nase und die Knolle auf dem Kopf Das ist schon jetzt eines meiner Lieblings Pokémon Was in der fünften dazu kommt Maximal WP 3337 Das ist auch eine Wucht Und vor allem finde ich, es hat irgendwie Ähnlichkeit auch mit Mundtier Bummels, Letterking Als ob es irgendwie verwandt wäre mit dem, irgendwie der Onkel oder so Mal unabhängig vom Typ Aber vom Design her ein bisschen Dann haben wir hier als nächstes Flapterix Wenn man das so ausspricht Bla 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 Das ist also das Aerodoktyl Ne, ganz, ganz klar Das davor war Bummels Das ist jetzt das Aerodoktyl Flapterix ist die Basisform von Aeropteryx Einem Fossil-Pokémon der fünften Generation Wie vom Namen her schon fast eindeutig ist Aeropteryx angelehnt an den Dinosaurier Archeropteryx, welcher als Urvogel bezeichnet wird Da die fossilen Überreste Federn aufweisen Und dieser Saurier somit den Übergang zwischen Dinosauriern und Vögeln darstellt Aeropteryx ist also auch optisch an einen Flugsaurier angelehnt Wie die meisten fossilen Pokémon ist auch Aeropteryx vom Typ Gestein Und als Flugsaurier zusätzlich vom Typ Flug Sieht aus wie eine Mischung aus Porygon und Aerodoktyl Aber nur wegen den bunten Farben Das hat dann, wenn es entwickelt ist Aeropteryx 3331 WP Ja, sieht ziemlich schwergängig aus Wie das hier in der Luft hängt Aber cool, dass sich das auch bewegt Und man da einfach mal was sieht Auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Pokémon Sieht aus, als hätt es einfach so einen beigen Pullover an Und Fußfesseln Dann gucken wir weiter Was haben wir noch dabei Was gibt es hier? Lichtl Und Lichtl, das sieht total unscheinbar aus Also kann man sich gar nicht vorstellen, dass das brutal sein soll Lichtl ist ein kerzenähnliches Pokémon vom Typ Geist und Feuer Welches sich zu Skellabra Also Abra, nur mit Skell davor Skellabra entwickelt Skellabra ist einem Kronleuchter nachempfunden Und ersetzt Gengar als stärksten Angreifer vom Typ Geist Da es einen höheren Angriff hat und etwas mehr Verteidigung Giratina in seiner Urform ist allerdings nach wie vor Der Angreifer vom Typ Geist mit sehr ausgewogenem Wert Die Attacken, Würde und Spukball sind beide im Movepool von Skellabra vorhanden Und das seht ihr hier, also der Kronleuchter Mit den richtig genialen Spuk, Geist, Feuer Fontänen, die da herausströmen Maximale WP 3.268 Und das sieht schon cool aus als Geist-Pokémon Das ist klein und süß Das sieht aber richtig heftig aus Als Geist würde das natürlich einen richtig guten Eindruck machen Dann haben wir hier Ignivor Ignivor ist eine Käferlarve Die sich zu Ramoth entwickelt Einer großen Motte vom Typ Käfer und Feuer Zum Glück nicht zu Ramon, sondern nur zu Ramoth Und die sieht dann so aus Die hat aber einen dicken Hintern Und maximal WP 3.632 Das ist brutal, was soll das sein Das ist ja, das ist doch nicht mehr normal, oder? Die sieht auf jeden Fall cool aus Auch endlich mal was Nützliches natürlich Nicht so wie Smegbo oder dieses andere Gebambel Das ist richtig heftig mit 3.632 Dann, was haben wir noch? Nichts, genau Deswegen gehen wir jetzt auf den zweiten Artikel Denn der zweite Artikel beschäftigt sich also mit den legendären Pokémon Aus der fünften Generation Hier müssen wir kurz laden Und dann schauen wir auch hier drauf Was da alles dabei ist Hier haben wir zum Beispiel Cobalium Cobalium gehört zum ersten von insgesamt drei legendären Trios der Einallregion Cobalium, Terrakium, Viridium sind legendäre Pokémon vom Typ Kampf Und sind die Ritter der Redlichkeit Das ist also dann so ähnlich wie die Raubkatzen oder wie die Vögel Könnte man nehmen, immer so, dass das drei zusammenhängende sind Sein Name bezieht sich auf die blaue Farbe Kobalt Cobalium ist ein Pokémon vom Typ Kampf und Stahl Das also blau ist Und wir wissen ja wie immer Arctos war schon der schlechteste von den Vögeln Suikun war der schlechteste von den Raubkatzen Wir gucken mal hier auf die Gesamt-WP 3.022 Damit schon mal besser als Arctos Dass es wenigstens über 3.000 WP kommt Sieht eigentlich ganz vernünftig aus Obwohl Suikun Fand ich eigentlich hässlich Viele haben gesagt, Suikun ist das Schönste gewesen Jetzt geht es da wieder los Wer sieht gut aus, wer sieht nicht gut aus Ist im Prinzip ein Hirsch Hat auf jeden Fall ein Geweih und einen stolzen Brustkorb Wie man sieht Terrakium Das ist einfach normal, der gefällt mir jetzt schon besser Terrakium ist ein Pokémon vom Typ Kampf und Gestein Und gehört wie Cobalium zu den Rittern der Redlichkeit Das sieht doch gefährlich aus Das ist brutal Das andere ist halt zierlich, charmant, elegant Das hier ein richtiger Klopfer Und ihr seht schon Wenn wir auf die WP gucken 3.689 Also 600 WP mehr Ist ja auch nicht blau Nein, aber das sieht doch genial aus Also das ist ein Brocken Das erinnert mich an Heatran So ähnlich Aber wir gucken weiter Denn wir haben natürlich noch Viridium Das ist grün Das ist wieder ein zartes Reh Ich verstehe Wie passen die drei denn zusammen Wie können das blaue und das grüne so elegant sein Und das braune, das Gestein Ist einfach so ein richtiger Klopper Aber egal Viridium Der dritte Ritter der Redlichkeit Ein Typ Vom Typ Pflanze und Kampf Kommt auf Auch nur 3022 Damit also der dicke Klopper der beste Finde ich auch vom Design her am besten Aber bin ja auch ein Kerl Ich stehe ja auf dicke Klopper Dann was haben wir hier Boreos Boreos Der sieht aus wie der grüne Hulk Oder eine Mischung aus Genie und Hulk Er schwebt auf jeden Fall hier rum Boreos ist eine Besonderheit Da es das einzige Flug Pokémon ist Welches ausschließlich den Typ Flug hat Alle anderen Flug Pokémon haben einen sekundären Typ Boreos verkörpert die Naturkraft des Windes Sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus Und kommt auf 3324 Dann haben wir hier Boreos Tiergeistform Also sieht dann aus wie ein Greifvogel Finde ich Naja Finde aber das normale Boreos auf jeden Fall besser Das kommt auf 3207 Ist also auch nicht so ein großer Unterschied Und Tiergeistform hin und her Dann haben wir Voltolos Das ist also wieder so ein Genie auf einer Wolke Der sieht auch wieder mächtig aus Guckt euch mal die Schnauze an Die Augen der böse Blick Und vor allem wie er die Arme verschränkt Und zusammen macht auf seiner Wolke Das ist richtig genial Voltolos verkörpert die Naturkraft des Blitzes Voltolos ist ein Pokémon vom Typ Flug und Elektro Das kommt auch auf 3324 Hat auch eine Tiergeistform Die finde ich besser als die andere Finde ich aber trotzdem das Original am besten Also Tiergeistform muss jetzt nicht unbedingt sein Kommt auf 3207 Wird natürlich trotzdem alles gefangen Oh mein Gott Demeteros Der sieht auch so heftig aus Guckt doch mal die dicken Arme Und auf seiner Wolke Ein Pokémon vom Typ Boden und Flug Ist das dritte Mitglied der Kräfte der Natur Es verkörpert die Erde Der kommt auf 3566 Da geht es also wieder richtig ab Und er hat auch eine Tiergeistform Die sieht gar nicht so schlecht aus Erinnert mich schon wieder an Heratran Oder an irgendwelche Raubkatzen Aber von den Tiergeistformen finde ich das am besten gehalten Und der natürlich auch am höchsten Hier Oh mein Gott Hier kriegt die Tiergeistform sogar 3912 Da gönne ich mir lieber die Tiergeistform Ich nehme alles zurück Richtig brutal auf jeden Fall Und da war das Fazit auch schon da Das Fazit Schreibt ihr mal rein Auf welche Pokémon freut ihr euch bei Generation 5 Sind es die Legendären? Sind es die Normalen? Was findet ihr cool? Mögt ihr die Tiergeistform oder die Normalform? Was sind eure Lieblinge jetzt schon? Und auf was freut ihr euch noch? Was hier nicht genannt wurde Dass ich dann mal nachgoogeln kann Was das überhaupt ist Weil wie gesagt Ich kenne mich wirklich gar nicht aus Dann danke an GoGames auf jeden Fall Für den interessanten Artikel Die geben sich immer viel Mühe Und schreiben da jeden Tag immer irgendwelches Besonderes hin Und überbrücken mir die Zeit Und das wollte ich mir jetzt mal angucken Mit euch zusammen Weil für mich war das auch alles neu Deshalb abonniert GoGames Folgt den mal auf ihren Kanälen Wenn ihr die seht Und das war es auch von meiner Seite aus Wie gesagt Auf was freut ihr euch am meisten? Was findet ihr am heftigsten? Das war es von meiner Seite aus Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Peace out Vorhaut Euer Ramses Euer Ramses